so in der gildenhalle sind wir in unserer die nieder gemetzelt worden ist überfallen was auch immer und wir haben gerade diese baditen umgeknüllt und jetzt geht es darum weiter zu gucken was hier vor sich geht die wollten durch unsere eisentür am ende des gangs davon haben wir es abgehalten ein eintrag lautet egal was ich tue ich kann mir dieses lied einfach nicht merken ich glaube dieses gebräu bringt meinen kopf durcheinander aber wie es das lied schon sagt niemand soll uns im weg stehen zumindest an diesen teil kann ich mich erinnern was hier ist ein schrank mit wickeln wir suchen ja noch das logbuch eigentlich damit wir wissen was hier vor sich geht das gilt es herauszufinden die fehlenden seiten vom blogbuch so was was liegt hier ein antrag lautet ich wusste das würde die richtige gilde für mich sein meine glückszahl ist sogar ein kernstück ihres aufnahme verfahrens von den neuen gründern kommen wir her aber jetzt kann es nur noch besser werden und wieder blätter ich habe jede zeile im kopf aber die abfolge bringt mich noch durcheinander ich muss es mir merken versagen versagen verdammte hacke da war ich schon hier liegen noch zettel rum was steht da geschrieben heute habe ich endlich das lied gelernt es ist großartig ich wünsche nur es wäre kein geheimnis meinen freunden zu hause wird es gefallen vor allem die zeile in der dunkelheit schreiten wir voran erinnert mich an meine zeit in den diversen verließen ok alles klar und nochmal schuhe ich finde immer ganz viele schuhe hier schön schön richtige rollenspiel für schuhe fetischisten lauter kram und hier steht was geschrieben auf der letzten seite befindet sich ein hastig hingekritzelter eintrag irgendetwas passiert und ich weiß nicht was es ist aber ich hörte jemanden streiten und ein name wurde geschrien jazir heißt nicht so dieser assassine unten scheint gekämpft zu werden ich muss helfen soll ich tot sein wenn ihr das findet dann recht mich bitte das muss man sich mal vorstellen da schreibt einer in seinem tagebuch und hört wie im haus gekämpft wird und was macht er bevor er einschreitet er schreibt auf dass er hört dass er unten gekämpft wird alles klar hier diese eisentür da müssen wir durch schlüssel erfordert sich das versuchen die diebe also zu öffnen hey wenn wir etwas wertvolles haben dann bewahren wir seine waffenkammer auf aber diese tür kann man nicht ohne schlüssel öffnen genau und von diesem schlüssel haben wir nur die eine hälfte also wieder runter da ist das ein hebel guck an den habe ich beim letzten mal anscheinend übersehen gut dass er mir jetzt aufgefallen ist da wird dann jetzt wahrscheinlich auch diese tür erscheinen von der die eine da beim letzten mal gesprochen hatte da wunderbar da finden wir vielleicht die andere hälfte des schlüssels im keller ich hatte gehofft dass diese bastarde es nicht bis hier unten bis bis hier runter schaffen würden dieser hebel war nicht so schwer zu finden was ist das für ein ort unser trainingsraum hier wurden wir ausgebildet hier haben wir unsere fähigkeiten verbessert das holodeck ein gong ein rucksack nee ein sandsack guck mal ein rucksack überreste zerbrochene schlüsselhälfte wunderbar eine statue von nardash dem tapferen einem frühen mitglied der gilde und wahren helden zu singen beginnen ein gold stück hinterlassen zurückgehen ich will die anderen goldstücke aufnehmen geht auch wieder nicht der liegt ja lustig da an der ecke rum wie bist du da hingekommen ja nun gut den schlüssel kriegen wir bestimmt nicht selber zusammengeklüsert das probiere ich jetzt gar nicht weil ich mir schon ziemlich genau denken kann dass man da zu dem schmied hin muss der verlangt bestimmt wieder geld dafür würde ich meine eier drauf verwenden mache ich aber nicht entermesser eine tränke ach da war ich noch gar nicht drin geheimer unterschlupf schmied hier war das hier mit dem markern da da muss ich hin noch ein bisschen links das naja da komme ich mich gleich drum eins nach dem anderen schmied da ist rückhal der gute nach mir den schlüssel heil junge würdet ihr nachsehen ob ich irgendwas habe aus dem ihr etwas schmieden könnt der schlüssel 300 gold ja klar alles klar zeit die schmiede anzuwerfen schepper schmetter rumpel schepper da hätte ich mir jetzt einen effekt gewünscht gut erledigt bitte sehr mein kind danke auf wiedersehen und jetzt komme ich in die waffen kommer und dann kriege ich den richtig geilen scheiß schwachkopf er werde mich sofort wieder abstellen der fisch immer wieder dieser fisch immer wieder dieser fisch hier jetzt lauf ich dran vorbei rein da und zwar nach oben so loot time die waffenkammer und keine dieser bastarde wir sollten uns mit neuen waffen ausrüsten die meisten davon waren gerade im einsatz aber ich bin mir sicher dass wir etwas nützliches finden werden naja eine mütze der sehr kass ja auch so ein paar sachen morgenstern plus eins das war's kann ich doch nicht annehmen kann ich nicht annehmen dass das schon alles ist doch ne ja da gucken wir mal soll ja der letzte scheiß der letzte moderne heiße scheiß gewesen sein einfach nur der letzte scheiß genau den ich ja jetzt gefunden habe mal gucken ob das dem so ist plus 3 auf jeglich verursacht einen feuerschaden verursacht ein bis zwei feuerschaden angreifen wenn man getroffen wird ja her damit cool hier die axt zu die haben drei bis zwölf schlitzen plus eins auf trefferschaden wutanfall bei einem fehlgeschlagenen rettungswurf weisheit wenn man getroffen wird plus zwei konstitutionen schon nicht schlecht kann die denn da ordentlich mit umgehen sind hier die waffenfertigkeiten großkeule die kann ja alles als sie die frage ja übrig machen wir das plus zwei konstitutionen zwergengürtel her damit hat die denn jetzt an ja der morgenstern das war's ok hat sich der kram ja gelohnt und jetzt schnell zu diesem unterschlupfen an dem wir gerade eben vorbei sind wo wir nach dem elfen gucken sollen müssen tun wo war das hier ne hier hoch noch ein bisschen noch ein bisschen und jetzt hier links geheime unterschlupf sorenil scheint nicht hier zu sein wir müssen besser woanders wir suchen besser woanders nach ihm hier war ich schon mal drin den schrank habe ich schon mal aufgemacht wir sind noch so andere auf der minimap so kleine punkte mal geheime unterschlupf und nochmal ein geheime unterschlupf da schlupfen wir doch mal hin wo hier alles klar hier war ich auch schon drin hier ist gar niemand dann haben wir ja nur noch einen ich den hier oben richtige richtung falsche richtung jetzt da oben hier ist wohl auch keiner, wa? ok, diese drei hier rechts unten schon mal nicht gehen wir doch mal hier so lang weiter da was ist was dann hier noch ein geheimer unterschlupf dahin hier, so äh, da lang wird die rote ansprechen wir sehen uns hier wie das geht Seid gegrüßt, meine neuen Freunde. Habt ihr vielleicht ein paar Münzen für zwei besonders benachteiligte Bürger? Benachteiligt? In welcher Weise? Nun ja, mein Freund hier ist blind und ich beinahe nüchtern. Oh, das ist natürlich hart. Das sind ziemlich bedenkliche Umstände. Also ein Bier gebe ich dir aus, aber bei den Blinden ist er selber schuld. Mein Freund hier spricht vielleicht nicht viel, aber sein Gehör ist so empfindlich wie das eines Fuchses. Das musste ich feststellen, als ich das erste Mal versuchte, ein paar Münzen vor ihm zu verstecken. Ich gebe Bettler nicht mein schwerverdientes Gold. Eine weise Entscheidung. Sogar sehr weise. Es tut mir leid, wenn ich den Anschein erweckt habe, dass ich almosen will, obwohl ich in Wirklichkeit an einem Geschäft interessiert bin. Ein Schnäppchen? Ich habe diesen Knopf. Diesen wundersamen Knopf. Ein wundersamer Knopf. Sollte ich ihn auf Magie untersuchen? Nein, ich meine, er ist nicht magisch. Wie kann es dann ein Wunder sein? Die Wortwahl war möglicherweise nicht ganz korrekt. Ich meinte, fantastisch. Denn er gehörte einer sehr geschätzten und berühmten Person. Wem? Gute Frage. Ich meine, ähm, wie war nochmal sein Name? Genau, Dritzt. Dritzt Dordeen. Der berühmte, heroische und innerlich gespaltene Joe. Wie habt ihr ihn bekommen? Er war ihm geschenkt. Ich habe ihn vor ein paar ruchlosen Halsabschneidern bewahrt und er hat mir im Gegenzug diesen ganz speziellen Knopf gegeben. Wartet, ihr habt ihn gerettet? Ja. Wieso hätte er mir sonst ein so wundervolles Erbstück geben sollen? Warum sieht er genauso aus wie die Knöpfe auf eurem Hemd? Oh, ähm, das ist ihm auch aufgefallen. Genau genommen ist auch das ein Grund, weshalb er mir den Knopf gab. Er hat mir sogar ein Kompliment zu meinem Hemd gemacht. Vergesst es, ich gehe. Solltet ihr eure Meinung ändern, wisst ihr ja, wo ich bin. Okay, eine kleine Ölknudel. Da. Ihr seid in Unterzahl, Elf. Ihr kommt besser mit uns, wenn ihr wisst, was das Beste für euch ist. Sicher seht ihr, dass es sich hierbei am Ende... So wie ich das sehe, werdet ihr uns begleiten oder an Ort und Stelle sterben. Seid euch da nicht so sicher? Meine Freunde würden da vielleicht gerne ein bisschen mitreden. Ups. Haltet euch da raus, das sind Angelegenheiten von Schiff Baram. Was macht ihr hier? Ihr seid nicht in der Position, Fragen zu stellen, Großmaul. Großmaul? Kümmert euch einfach um sie und ich verdopple eure Bezahlung. Wer hat das gesagt? Der Agent des güldenen Auges. Rustler, mal aus der Schusslinie, bitte. Und dann klassische Reihenfolge. Einmal das Tier. Oh, der agentische Tod. Ja, ich bin ziemlich mächtig. Und die sind schon bewusstlos. Ja, ist doch gut. Das war bestimmt der Elf. Muss ich nicht viel machen hier. Magisches Geschoss. Und der letzte eine, will ich hier. Schon fast ein bisschen zu leicht mittlerweile, ne? Also ich muss sagen, am Anfang war der Schwierigkeitsgrad ja ich derb, aber so mittlerweile. Muss ich ja nicht mehr großartig viel machen. Ja, das ist, das ist, weil ich so gut spiele. Nun, ich dachte schon, ihr würdet nicht auftauchen. Ich entschuldige mich für den Zustand meiner Wohnstätte, aber ich hatte unerwartete Gäste. Gut, euch wiederzusehen, Soronil. Ich möchte euch unsere neun Freunde vorstellen. Das ist der Magier Hommet Shaw. Und die anderen hier sind überlebende Mitglieder des Orts der brennenden Dämmerung. Aber den habe ich doch nicht dabei, den Hommet. Ei, die letzten zwei, soweit wir wissen. Worum geht es hier? So wütend, so gepeinigt. Ihr habt wahrlich viel verloren. Wir hatten eine Abmachung, Elf. Ja, das hatten wir. Sie lautete, euch alles zu sagen, was ich über eure kleine Aufgabe weiß. Sobald ich alles über diese feigen Angriffe auf die brennende Dämmerung herausgefunden habe. Und hier sind die Überlebenden dieser Angriffe. Also, was könnt ihr mir berichten? Das güldene Auge will unseren Tod. Wir wissen nicht, warum. Irgendjemand will uns alle tot sehen. Und ihrem Ausdruck nach zu urteilen, ist dieser jemand unsere gut gepanzerte... Ei, ihr lest meine Gedanken. Mir kommt das alles sehr seltsam vor. Das güldene Auge spürt den dämonischen Einfluss an der gesamten Schwertküste auf. Sie interessieren sich für gewöhnlich nicht für Gildenpolitik. An euch kann ich nichts Dämonisches erkennen. Es muss also etwas anderes sein. Findet heraus, was wir alle noch nicht wissen. Dann erzähle ich euch, was ich weiß. Wohin sollen wir eurer Meinung nach gehen? Ein Zauberkundiger namens Mafferil soll Gerüchten zufolge die Geschichte der brennenden Dämmerung studiert haben. Möglicherweise ist er nicht bereit, euch zu helfen, aber zweifellos werdet ihr dort Antworten finden. Mafferil? Oh, puh. Das ist ungünstig. Die reden wir auch schnell. Ihr kennt ihn. Ich kannte ihn. Ich wurde von ihm ausgebildet. Er schickte mich jedoch vor kurzem nach Niewinter. Ich kehrte hier zurück, weil ich von seiner Ermordung erfuhr. Nun, soviel zu dieser Idee. Was? Wenn ich eine Sache von Mafferil gelernt habe, und ich habe zumindest drei Dinge gelernt, dann, dass selbst der Tod nicht das Ende des Abenteuers ist. Ich bin mir sicher, er ist nach wie vor ein guter Anhaltspunkt. Mafferil besaß irgendwo in den Ruinen von Illusk eine geheime Bibliothek. Dieser Mann hat alles niedergeschrieben. Einmal fragte ich ihn, was er schreibe. Selbst das schrieb er auf. Dann suchen wir seine Bibliothek. Vielleicht erfahren wir dort mehr. Ja, ich bin sicher, dass dieser Plan nicht schief gehen kann. Diese gesamte Stadt steht auf den Ruinen des alten Illusk. Doch die Ruinen sind nördlich von hier, in der Nähe der Elendsviertel der Stadt. Und für einen Nekromanten wäre der nahegelegene Friedhof recht praktisch, könnte ich mir vorstellen. Wir werden uns im Endermesser treffen, wenn wir die Informationen zu Mafferil's Bibliothek haben. Warum interessiert euch das so sehr? Weil etwas seltsames vor sich geht und ich herausfinden möchte, was es ist. Ist das nicht Grund genug? Wir werden uns im Endermesser treffen. Das hoffe ich sehr, ansonsten war all das umsonst. Gut, dann auf zum Friedhof, ne? Eine neue Stufe. Sehr geil. Für den Kämpferich. Ich würde gerne... Mehrfachtreffer ziehen. Ist passiv. Ja, komm. Will ich lernen. ID-Fähigkeit, da kann ich noch nicht weiter, da auch nicht. Was haben wir denn hier? Schwächender Schlag trifft das Ziel schnell an einer schmerzhaften Stelle, verursacht so und so viel Schlitzschaden, verringert seine Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Das finde ich geil. Aber das kostet mich zwei Punkte, ich habe nur noch einen. Wirbelwindangriff, benötigt Beidhändigkeit, habe ich nicht... Kampfkäfig, da habe ich nicht genügend Punkte für... Nicht genügend Punkte für... Das kann ich. Anstürmen, stürmt nach vorne und schlägt einen Feind, ehe erregeln kann und verursacht 15. Nein, schlichtschaden. Das finde ich gut. Immer schön nach vorne, immer drauf, auf die 12. Soll ja auch tanken, ne? Kommt hier noch hoch, kann man irgendwas machen? Da ist eine Truhe. Das ist noch drin. Und Gold. Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir zum Friedhof und wie es da aussieht, auf dem alten Acker, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.